willkommen zurück abenteurer ich war wieder mal auf tour um euch verlassene orte zu zeigen es gab sehr viel zu sehen und am ende des videos war ich sehr überrascht was alles zurück gelassen wird bleibt auf jeden fall dran und verpasst nichts viel spaß auf der tour hey freunde machen wir einen boxen stopp hier noch auf dem weg mit kleinen wo entdeckt vorne hier in der haus kommt man nicht rein habe schon nachgeguckt weil ich aber cool finde ist dass sie so eine alte kutsche steht habe ich auch noch nicht so gesehen einfach umstehend guckt mich jetzt noch mal was rum da würde ich sagen sehen uns gleich und 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 Jo Freunde, leider gab es keinen richtigen wirklichen Eingang, da kommt eben ein LKW hier rein. Auf jeden Fall mache ich mich weiter auf die Tour und würde sagen bis gleich mal wieder. Auf jeden Fallen wir kommen. Ich bin an meinem ersten Ziel angekommen. Ich denke mal, dass es irgendwas um Flüge zu buchen, Urlaub zu buchen, so wie es aussieht. Ich werde jetzt mal nach dem Eingang gucken und dann sehen wir uns drin. Bis gleich. Ich hoffe, Freunde sind reingekommen. Auf jeden Fall schon etwas größer, als ich erwartet habe. Es ist alles zusammengebrochen. Da steht noch ein alter Fernseher. Hier war so etwas wie eine Küche oder eine Theke. Und noch ein Fernseher. Hier ist noch alles drin. Schaut euch das an. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Gebäude war. So. 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 Jo, Freunde, ich habe da oben Stimmen und Schritte gehört. Ich bin mal lieber rausgegangen, man weiß ja nie, was da oben abgeht. Ich werde mich jetzt auf den nächsten Standpunkt festlegen. Ich würde sagen, dass wir die Reise weiter begehen. Wir sehen uns. So Leute, ich bin jetzt zufällig wieder auf was gestoßen. Auf wieder etwas Wohls habe ich gebraucht. Ich kann nur noch nicht einschätzen, was es mal war. Tore standen auf. Ich bin einfach mal reingegangen und wir werden mal sehen, was es erwartet. So. 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. Ja, hier gab es leider auch nicht so viel zu sehen, aber mal reingucken, geht immer. Wir machen nur 2.000 Weg, bis zum nächsten, noch zu des. So Freunde, wir sind am zweiten Punkt angelangt, ein altes Schloss, wo man leider nicht reinkommt, aber sehr schön, muss ich sagen. Ich versuche nochmal ein paar Drohnenaufnahmen hinzukriegen, ob ich ein ruhiges Plätzchen finde und dann machen wir uns auch schon direkt weiter. So Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. alles zu hier freunde hat alles zugemauert habe ich auch noch nicht gesehen als lost place so abenteurer ich bin jetzt am letzten standpunkt angekommen das ist ein haus ich würde mal sagen dass wir uns drinnen sind habt viel spaß so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's jetzt hier vom Haus. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich bin sogar sehr erstaunt, was hier noch alles zu finden war. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Und ich hoffe, man sieht sich wieder.